Oh, ja, siehst du, er mordt schon wild durch die Gegend. Alter! Geil. Aber er lookt in the distance, ne? Ja, er lookt sowas von in the distance. Okay, das ist schon geil. Wie war nochmal der Prompt? Das KI-Tool Khyber hat einen neuen Weg gefunden, die Aufmerksamkeit von Zuschauern zu erregen. Und zwar mit hübschen kleinen KI-Animationen, die man aus einfachen Text-Prompts erstellt oder auch aus einem Startbild, das man hochlädt. Oder auch, man kann Videos hochladen, die sich quasi dann in eine Zeichentrick-Animation verwandeln. Ich bin Jan Wöbeking, ich habe mir dieses Tool mal angeschaut und ich vergleiche meine Erfahrungen aus der Web-App mit den Erfahrungen von unserem Videoredakteur Felix Krumme, weil der hat sich nämlich die neu gestartete Smartphone-App von Khyber angeschaut. Und wir schauen mal einfach so, was dieses Tool so kann. Doch was ist Khyber überhaupt? Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Tool, das momentan auch nur auf Englisch zur Verfügung steht. Aber es ist schon ganz praktisch, um einfach so eigene Ideen in hübsche kleine Animationen zu verwandeln. Man kann auch ein Startbild vorgeben, damit die KI einfach schon mal so eine kleine Vorstellung davon kriegt, was man sich dabei gedacht hat. Und das kann sich dann auch so weiterentwickeln aus diesem Startbild. Eins fällt sofort auf, dass sich das Tool besonders gut für kleine Einspieler oder auch für Intros eignet in größeren Videos, weil sich die Szene immer so leicht weiterentwickelt. Aber wer jetzt so klassische Animationen mit richtigen Bewegungen von A nach B und komplexeren Bewegungen erwartet, der wird enttäuscht, weil das beherrscht halt dieses Tool nicht. Sondern ja, diese wenigen Bewegungen, die haben stattdessen oft auch so einen Charme von alten Stop-Motion-Filmen, weil alles halt immer so ein bisschen in Bewegung ist. Entweder so leicht ruckartig oder es gibt auch so eine fließende Funktion, aber das erinnert doch schon stark an so alte Animationsfilme mit Stop-Motion. Das eigentliche Highlight von Kyber ist aber nicht, Animationen aus Text-Prompts zu erstellen oder mit einem Startbild, sondern aus eigenen Videoaufnahmen, weil die verwandeln sich danach in schöne kleine Zeichentrick-Filme quasi. Also keine kompletten Zeichentrick-Filme natürlich, aber sie werden so angereichert mit schönen kleinen Zeichentrick-Elementen. Und ein Urlaubsvideo erinnert danach zum Beispiel an so einen Disney-Film oder je nachdem, welchen Stil man sich dann aussucht. Das erinnert dann so im Ergebnis ein bisschen an typische Instagram- oder Snapchat-Filter, aber sieht natürlich noch eine ganze Ecke stilvoller aus. Und auch dabei sollte man halt beachten, dass man eher so kurze Szenen nimmt mit einer kurzen Bewegung oder irgendwas in der Art, statt wirklich zu komplexe Szenen, weil dann einfach die KI manchmal nicht mehr genau weiß, was sie wo am schönsten berechnen soll. Deswegen so kurze Einstellungen mit einer Bewegung, die funktionieren eigentlich auch hier am besten. Da Kai beim Hintergrund auf Stable Diffusion zurückgreift, setzen sich auch hier die Prompts aus kurzen, natürlichen Sätzen in englischer Sprache zusammen. Es gibt allerdings einige Unterschiede. Der letzte Teil des Prompts steht in einem Extrakasten mit einigen Details zu Stimmung, Beleuchtung, Auflösung und man kann auch diverse Künstler nennen. Auch die Gewichtung funktioniert anders als in Stable Diffusion. Negative Prompts gibt es hier nicht. Stattdessen gibt man einzelnen Objekten eine spezielle Gewichtung. Alle Begriffe zwischen 1.0 und 2.0 sind dann besonders prominent im Bild zu sehen. Und alles, was unter 1.0 liegt, also so 0.1 bis 0.9, das taucht dann je nach dem Wert relativ unwahrscheinlich dort auf. Auch in der öffentlichen Galerie haben die Nutzer schon richtig geschickte Verhältnisse ausgetüftelt, sodass dann die einzelnen Elemente in einem ästhetischen Verhältnis zueinander auftauchen. Kai bei wirbt ja auch damit, dass man Musikvideos mit dem Tool erstellen kann, aber das funktioniert nur sehr eingeschränkt, habe ich so in der Praxis gemerkt, weil das Bild entwickelt sich zwar immer so ein bisschen weiter und das neue Bild kommt dann auch immer so ein bisschen im Takt, aber es reagiert halt nicht so wirklich auf den Sound und auf irgendwelche Soli oder auch nicht so wirklich, dass sich was stark im Takt der Musik bewegt, sondern es ist halt einfach so, so ein bisschen wie so ein psychedelisches Weiterentwickeln, was ja für sich auch ganz nett ist für solche Videos, aber man sollte halt kein klassisches Musikvideo erwarten. Trotz der noch eingeschränkten Funktionen eignet sich das Tool schon ganz gut, einfach um Stimmungen oder Themen kurz und prägnant einzufangen. Das Schöne daran ist, dass man auch als Einsteiger ohne große Prompt-Erfahrung gut damit arbeiten kann, weil es gibt halt auch klickbare Tags und die spucken dann automatisch generierte Prompts aus, die dann so in etwa das Thema treffen, das man sich vorgestellt hat. Diese Funktionen, die gibt es schon in der Browser-App und ich vermute mal, dass in der kürzlich erschienenen Mobile-App noch etwas prominenter präsentiert werden und wie das aussieht, das hat sich mein Kollege Felix angeschaut. Es freut mich hier zu sein. Im Gegensatz zu dir bin ich noch nicht so der KI-Fuchs, aber was nicht ist, kann er noch werden. Hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten, aus dem Video oder aus einem Bild, aus Text oder eben aus Musik ein KI-Video zu erzeugen. Er fragt mich, I want to create a video of. Ich würde gerne von einem Science-Fiction-Retro-Setting ein Video erstellen. Ich habe jetzt diesen Text prompt eingegeben und klicke jetzt auf Continue. In the Style of. Am besten von diesen Vorgaben gefällt mir tatsächlich das Graffiti. Nach kurzer Zeit zeigt mir KaiWa erste Ergebnisse, von denen ich dann weiter aussuchen kann, was ich mir generieren lassen möchte. Ich bin zufrieden mit diesen Funktionen und klicke jetzt auf Generate. Das Video ist fertig und ich bin sehr gespannt, es jetzt mal anzuschauen. Nicht schlecht. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja. Dann würde ich sagen, wir erstellen gemeinsam nochmal ein spezifischeres Video, was dann auch gleichzeitig als Opener für dieses gesamte Video dienen soll. Oh ja, siehst du, er morft schon wild durch die Gegend. Alter. Geil. Aber er lookt in die Distance, ne? Ja, er lookt sowas von in die Distance. Okay, das ist schon geil. Wie war nochmal der Prompt? Starfleet officer standing at the bridge of a starship looking into the distance. Aber halt rotate clockwise. Ja, das macht es aus. Das macht es aus. Die Kyber Mobile App ist ein total spannendes und vielseitiges Tool. Man kann in Sekundenschnelle total interessante, super schicke KI-Videos erzeugen. Und dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat, die Videos zu verändern durch Kamerabewegung, durch den Evolve-Schalter, ist es auch nie langweilig, was rauskommt. Ich würde es jetzt nicht dazu nutzen, um wirklich ganz lange Videos zu erstellen. Aber dazu ist das Tool ja auch gar nicht gedacht, sondern einfach um ein YouTube-Video zum Beispiel, wie auch dieses, durch sehr, sehr spannende Visuals etwas aufzulockern. Jan, was ist denn dein Eindruck vom Tool-Kyber insgesamt? Ja, ich sehe das ganz genau so wie du. Wenn man halt so coole, kleine KI-Animationen haben möchte, dann kann man die sehr gut mit so Prompts erstellen oder mit klickbaren Tags. Und wofür sich das Tool aber noch besser eignet, also meine Lieblingsfunktion ist, eigens aufgenommene Videos mit so einem schönen Zeichentrick-Look zu versehen. Das ist eigentlich so auch die Funktion, die mit am besten funktioniert. Und ja, der Rest ist so nice to have, auch mit den Musikvideos, wo das noch nicht so ganz stark auf den Sound reagiert, aber dafür ist das schon recht cool. Wie sieht es mit euch aus? Benutzt ihr KI? Benutzt ihr Bildgenerierung? Wenn ja, was? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne ein Like da und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.